heiter was geht ab leute hom hier gestern ist das event zu ende gegangen earth day dreifach staub und es wurde bereits das nächste event angekündigt und das tut mir echt in der seele im herzen weh jeder weiß ich brauche noch ein paar hunderter kampf pokémon hunderter abouts also ist ein baby aber egal nokchan und capoeira vor allem und manki aber der ist jetzt ein bisschen häufiger aber nokchan und capoeira die sind so selten und ich hatte immer die hoffnung habe dafür gebetet dass ein kampfevent kommt und was kommt jetzt ein kampfevent problem die maps sind tot jetzt wo nach eineinhalb jahren endlich ein kampfevent kommt keine chance auf 100er nokchan keine chance auf 100er capoeira das bricht mir echt das herz ich weiß nicht was ich sagen würde video über maps kommt demnächst noch aber schauen wir uns erst mal das event an ist ziemlich cool und zwar erhöhte kampf pokémon spawns die erwähnen hier jetzt pokémon die wach oder makohita aber natürlich sind die interessanten sachen kick die nokchan capoeira event fängt heute abend an erster mai 22 uhr und geht bis zum 14 mai das sind zwei wochen zwei wochen wieder event wichtig kass und vier und danach ist sie also nur noch events von einem event ins nächste richtig kass was gibt's doppel dp für arena kämpfe okay jetzt nicht sogar weil man echt wenige dp aber doppel dp für rates ein legendärer 20.000 glückseid 40.000 sowie doppel dp event ich war beim doppel dp event macht man eh nur jetzt jetzt seit neuestem würde schon reinhauen aber ich bin jetzt nicht so egal obwohl die 100 mille könnten schon kommen schauen wir mal noch ein paar extras gibt und zwar 3000 sternen staub pro rate alter das schon viel glaube ich weiß gar nicht wie viel man normal bekommt 500 3000 wie viel jetzt haben wir gemacht 100 über 100 100 das wären gerade 1000 sternen staub mit stern stück auch noch alter jetzt macht es auch sinn mit dem mit dem update die haben ja ein update rausgebracht und man kann jetzt in der lobby wird man im rate ist und darauf wartet bis der count darunter geht glück sei und stern stück zünden und jetzt passend dazu genau das event das haben die sich echt gut überlegt respekt nenne und es gibt mindestens ein sonderbombung was auch perfekt ist weil ich brauche noch viele sonderbombung dann gibt es auch boni wie zum beispiel zweifach multiplikator für arena orden das heißt man kann die arenen jetzt schnell auf gold bringen und mehr items aus allen also klingt eigentlich ziemlich gut ich hatte vor am wochenende noch bisschen zu reden ich brauche noch ein gutes latias ergibt sich ganz gut mehr ep und die sonderbombung vor allem und ein rate bringt dann das doppelte also mit 1000 für den fortschritt und jetzt würde er sogar 2000 für den fortschritt bringen also für alle die großen wert auf allen legen und golter gehen für die ist dass sie wird ganz interessant ich könnte ein paar ja ich weiß nicht ich bin jetzt nicht so ein jener geld arena orden weil ich da habe ich da irgendwas in der nähe ich meine ich habe die bei mir in der arbeit aber die mache ich so oder so die sind eh kurz vor gold ein paar auf dem weg zu arbeiten wo ich echt schauen wir mal auf jeden fall ich finde das event ziemlich geil richtig leid dass die map nicht läuft weil so entgegen mir hunderter noch chance und hunderter körperer das bricht mir echt das herz aber der rest ist ziemlich geil von einem event ins nächste schreibt unten in die kommentare wie ihr das event findet erstens wie findet ihr das das direkt wieder ein event ist und zweitens wie findet ihr das event an sich all das und in die kommentare das war's von mir wie immer liken subscriben kommentieren check die anderen wie es ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab und vergesst nicht pokémon serious business